Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir wollen jetzt versuchen mit der Kampfmaschine da unten aufzunehmen. Das dürfte wahrscheinlich nicht sonderlich einfach sein. Was machen wir dann? Ich hoffe, dass unser Freund... ...ja... ...dass er den Kerl da unten ein bisschen ablenken kann. Ach so, ihr habt vergessen, das zu lernen, ne? Ich bin auch so ein Schlaumeier. Ähm... Stimmt. Ich bin so blöd. Okay, ähm... Ja, das bin wieder typisch ich. Ähm... Da fehlt es mir noch hinten und vorn. Hecken zum Beispiel, könnte man lernen. Dass wir da besser sind. Bergbau. Mit jeder Stufe. Was wäre noch? Persönlichkeit. Das geht noch nicht. Ähm... Erhöht dein Überlebenswert. Das wäre schon nicht schlecht. Überlebenstheorie. Und dann können wir, glaube ich, zwei Sachen insgesamt lernen, ne? Steigert sich mit jeder Stufe. Mana. Berserker, das wäre auch nicht schlecht. Ein Berserker-Lehrer zu finden. Aha. Outlaw und Kleriker. Ach, ich bin zu schlau. Ich habe das total vergessen. Ist dir wurscht. Ähm... Egal. Wir werden den schon noch irgendwie umhauen, hoffe ich. Ähm... Ich will nur schauen, trankmäßig. Was hätten wir denn überhaupt noch? Einen einzigen Heiltrank. Einen einzigen kleinen Heiltrank. Da komme ich sehr weit. Nämlich überhaupt nicht. Ähm... Ich glaube, den da unten, den lasse ich mal stehen. Den machen wir, glaube ich, später mal. Ähm... Ich glaube, wir machen uns gleich auf den Weg rein. Ähm... Zum Konverter. Der ist, glaube ich... Der wird uns, glaube ich, umbringen. Ähm... Hauen wir lieber ab. Ist, glaube ich, gesünder für uns. So. Also nichts wie weg. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Ich bin schon weg. Siehste, ich bin schon fort. So. Dann machen wir uns auf hier rein. Zum Konverter. Und den ein... Was tut das jetzt? Ich glaube, ne? Ähm... Ich wollte nur sagen, wir gehen da jetzt rein, damit wir... Ähm... Den Ding ausschalten können, ne? Oder haben wir den schon ausgeschaltet? Ich weiß es gar nicht mehr. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Da. Mie. Ach, komm schon. Wir waren hier schon mal öfters drin. Hier haben wir auch Falk getroffen, ne? Falls ihr noch erinnern könnt. Aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob man den ausgeschalten haben. Ich habe es auch nicht nachkontrolliert, ob der... wirklich aus ist oder nicht. Ist eh wurscht. Tap, tap, tap. Also alt, wie der ausschaut, wirkt er echt kaputt. Da haben wir gekämpft, jo. Aha, da liegen noch die Leichen rum. Sehr schön. Gut, hier drinnen waren wir. Wir haben da, glaube ich, alles mitgenommen. Sehr fein. Dann geht's hier weiter. So, ich bereite gleich mal... Na, ist noch zu früh. Die Waffe geht noch nicht. Okay, ich glaube, da waren wir fleißig. Mal schauen. Drücken. Ah ja, der ist sowieso hin. Okay. Der ist sowieso kaputt. Dann geht's da... Dann gibt's da eh nichts für uns, ne? Dann haben wir den erledigt. Dann können wir uns eigentlich zum nächsten Converter aufmachen. Ich kontrolliere nochmal schnell. Weil ich glaube, über 10 hatten wir da eh nichts. Und da war halt der gute Falk, ne? Genau hier irgendwo. Gut, dann ist der Converter auch erledigt. Ich war mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So. Wann hätten wir denn als nächstes Relikt? Kleine Farm. Converter, Nordabesser. Süderbesser, Nordabesser. Würde ich sagen, Nordabesser. Bauen wir uns gleich hin. Hätte ich gleich den nehmen können. Ich schlaue Frau. Naja, was soll's. Wie? So. Hinter uns. Aber das ist... Da sind schon... Also da ist alles voller Alps, ne? Ah, da. Au. Kristallratte. Okay. Ja, gut, die hat das seit lang durchgehalten, ne? Macht nix. So. Da vorne ist wieder so ein Kampfroboter. Oh je. Können wir den besiegen? Ich werde mal ahnen, was das ist. Nein. Schaut den Letzter aus. Der ist zu stark. Okay. Der ist zu stark. Wow. Wow. Ich renne mal da rein. Vielleicht bringt's ja was. Vielleicht haben wir Glück. Und wir können dem Mistviech entkommen. Ähm. Na, hör auf damit. Äh, du Depp. Das Viech ist... Also der Typ ist ein Hammer. Ich wollte eigentlich da rauf. Oh, da ist doch so ein Kerl, ne? Hoffentlich kommt Chromie mit drauf. Ähm. Okay. Okay. Gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen unheimlich, ne? Hoffentlich können die da nicht mit drauf. Das wäre gar nicht gut. Das wäre extrem ungut. Ich frage mich auch nicht, was ich da mache. Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mal was essen muss. So. Also es ausschaut, sind die nicht schlau genug. So. Ich will was schnappulieren noch. Warte, ich muss gerade... Ich halte gerade ein bisschen die Luft an. So. Das nehmen wir auch mal mit. So, dürfen wir hier rein? Ähm. Ich bin nicht gut genug. Ich habe es befürchtet. Das war nichts. Ich habe es befürchtet. Ähm. Das war nicht so gut, wahrscheinlich. Das ist die Frage, ob da auch alles voll... Ja. Ist es. Und unser... Alpkommander, ja. Ich habe es befürchtet, dass der zu stark sein könnte. Ja, der ist zu stark. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Den Konverter können wir noch lassen. Ähm. Ich lade da. Ich lade sich jetzt aber da nochmal. Also den Konverter können wir lassen. Der ist noch zu schwer für uns. Ähm. Ja. Was machen wir dann, ne? Ähm. Gibt es noch andere Konverter? Vielleicht mehr auf der Seite hier. Ähm. Alter Windpark. Alte Fabrik. Südklippen. Konverter Tava. Da waren wir noch nicht, oder? Also... Mit Ausschalten und so, oder? Da oben, ist da noch irgendwo was? Hort. Also wenn, dann hätten wir es noch nicht entdeckt. Das hier dürfte ich Sarkor sein, ne? Wahrscheinlich. Ähm. Also würde nur mehr der übrig bleiben. Ähm. Wo ist er denn? Der, glaube ich. Der Konverter würde übrig bleiben. Können wir probieren. Schauen wir den uns kurz an. Puh. Echt. Puh. Muss ich echt sagen. Und wenn wir den auch dann haben... Puh. Ja. Okay. Magnesiumfackel. Schön. Mal schauen, ob der... Na komm. Na. Was ist denn jetzt? Hallo? Der geht ja. Ich dachte schon, warum geht das Chatback nicht mehr? Okay. Also. Schauen wir uns den da mal an. Ob der auch... Ob der aktiv ist, oder nicht. Ich hätte vielleicht unten schauen sollen, ob der Strahl funktioniert, ne? Das ist ja furchtbar. So. Aber ich vermute, dass auch hier zu schwer die Gegend ist. Und dass wir hier auch wieder abhauen müssen. Das heißt, wir werden... Müssen stärker werden. Und uns woanders nach Quests umschauen. Vielleicht hätten ja die Berserker noch irgendwas für uns. Oder die Outlaws. Da ist nix. Dann versuchen wir unser Glück, ne? Wow. Wow. Natürlich ist der wieder ein Alpkommander. Wow. Ja. Chancenlos. Obwohl eigentlich... Ich würde es gar nicht so schlecht hinhauen. Aber ich habe halt nix zum Heilen, ne? Das ist halt wirklich... Das ist halt wirklich der Nachteil an dem Ganzen. Äh... Würdest du was saufen? Wow. Ich kann mich gar nicht so schnell heilen. Ähm... Wo ist denn da immer die ganzen Bomben hin? Ich glaube, den Machtraum habe ich rausgenommen, ne? Ich würde cool. Wow. Okay, aber es wäre machbar. Ich muss noch den Machtstoß rausnehmen und dann passt... Also... In das Inventar geben und dann wird es passen. Ich hoffe, dass er da gespeichert hat. Ja, schaut gut aus, ne? Passt. Dann tue ich noch schnell den Machtstoß rein. Und dann wird es schon hinhauen. Ah, bitte, bitte. Wo ist er denn? Da. Macht Welle. Macht Stoß, ne? Verbrauchbar. Bla, bla. Nahkampf. Ich hoffe, das passt. Macht Welle. Ist was mehr trifft, ne? Macht Stoß. Wird schon passen. Also... Ähm... Der kommt mal hier hin. Und wir haben halt echt nix zum Saufen mehr. Wir sind arm wie Kirchenmäuse. Nix zum Essen. Nix zum Trinken. Wirklich arm. Ähm... Aber... Da fällt mir ein... Wo ist denn das Stick? Da. Für Angriffstärke, ne? Wird sich ja anbieten. Habe ich das richtig gemacht? Schaut aus, ja. Ähm... Ein Schnapsel. Die Brause heilt ein bisschen mehr. Super. Ähm... Zur Not. Und, ähm... Zur Not. So. Ich hoffe, das passt. So. Mist, jetzt müssen wir nochmal raufhatschen. Ähm... Einspeisung elexhaltiger Lebensformen empfohlen. Das war jetzt echt doof von mir. Na. Ist klar, ne? Ach, komm. Ein paar Zentimeter jetzt. Echt, das muss echt nicht sein. So. Wenn ich jetzt da, dann da oben bin, darf ich nicht vergessen, vor dem letzten Lift zu speichern. Und dann wollen wir das Ganze... Ach... Zu... Gewinnen. Jo. Wenn der Alp-Commander mal verreckt ist, geht's ja schon, ne? Dann ist das Ganze ja schon machbar. So. Also hier dürfen wir noch hoch sprinten. Tap, tap, tap. So. Und nur den Lift darf ich jetzt nicht sofort benutzen. Da muss ich vorher speichern. So. Also. Neuer Spielestand. Hier da. So, bitte. So. Und dann gehen wir es nochmal an. So. Gleich mal die Waffe ziehen. Und gleich mal merken. Oh! Was? Tempelt. Nein. Hat der Vierer hingehauen? Ich glaube. Kannst du trinken? Ich weiß nicht. Nein. Er kann ja trinken. Er können tut er schon, aber... Er hat es hingehauen. Mit dem Saufen. Ich glaube nicht, ne? Trink mal was. Wo ist denn eigentlich uns mit unserem... Okay. Der Heiltrank ist echt schon schwach, ne? Ja, aber da muss ich jetzt durch. Ich muss es mit einem Steam noch probieren. Und vorher noch den Steak-Teller essen, bevor ich da jetzt da... Okay. Rauf fahren darf ich ja schon mal. Da muss ich ganz schnell essen. Dann... Das hier noch verwenden. Die Waffe ziehen. Den Vierer machen. Wer macht denn das? Hallo, Viech. Ach, der... Unser Roboter ist halt auch nicht zu brauchen, ne? Oh Gott. Okay, das klappt auch nicht. Aber ich will den jetzt tot haben. Echt. Das gibt's ja nicht. So. Das muss irgendwie klappen. So, hoch damit. Waffe ziehen. Das ist halt echt, weil ich zu viele Knöpfe drücken muss, ne? Was war denn das jetzt? Ich hab die vier nicht hinbekommen. Würdest du, mein Freund, uns da mal was helfen? Wieso darf der treffen? Warum? Ich bin jetzt komplett fetzen hin. Also, vierer geht nicht. Sechser, der Fünfer, der Sechser, der Fünfer, der Sechser, der Fünfer. Er tut nix, er sauft nix, er macht nix. Das heilt jetzt nur ganz wenig. Wow. Wow, was? Wieso hüpft er da jetzt rein? Ich wollte wegschweben. Ja, ohne Heiltränk ist das halt jetzt echt scheiße, ne? Ein besseres Team noch raussuchen vielleicht. Irgendwas, was Rüstung... ...stärkt oder so. Wenn ich sowas überhaupt hab. Kampf plus fünf. Aufputschmittel. Resistenz gegen Feuer. Der macht ja streng gesehen Feuerattacken, ne? Vielleicht könnte das helfen. Dann wär vielleicht gut als Essen, dass man dieses Feuerding, diese Kühlendes, super. Wie heißt die Kühlendes? Suppe, Brause, Steak-Teller, Hochleistungssuppe. Wo war denn das schnell? Gesundheit... Ach so, das könnte ich auch rausnehmen, ne? Also, zum Heilen. Das heißt wie das. Gift, Gesundheit, Kälte. Na, wo ist denn das? Habe ich die verbraucht? Ah, da. Kühlende Brotsuppe. Genau, die habe ich gemeint. Die statt die und... Weil der Machtschloss bringt ja eigentlich gar nichts, ne? Denk ich mal. Okay, zu viele Suppen werden wahrscheinlich auch nichts bringen. So. Also. Acht. Und fünf was, glaube ich, ne? Na. Dieser Kerl macht mich fertig. Der macht mich so fertig. Jetzt habe ich das umsonst getrunken. Der Kerl macht mich so derbe fertig. Das kann sich keiner vorstellen. So derbe, wie der mich fertig macht. Echt. So derbe. Ja. Ich habe jetzt bald keinen Bock mehr. Echt. Das gibt es ja nicht. Das kann sich echt nicht wahr sein. Die Fährte mit dem Lift wieder runter. Da weiß ich echt nichts drauf zu sagen. Da sind wir echt so schwächlich. So schwach. Das kann sich ja echt nicht wahr sein, oder? Sollte ich da vielleicht... Stärke, Geschicklichkeit und Kampf. Praktika. Abenteurer. Vielleicht soll ich die Rüstung auf höher tun. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ausdauer. Maximal Energie. Gift. Gesundheit. Ausdauer. Gesundheit. Ausdauer. Geschicklichkeit. Warum habe ich die nicht angezogen? Ich kämpfe mit der Setzer-Rüstung. Ich glaube, ich scheiße mich an. Entschuldigung. Nicht wortwörtlich gemeint, aber es ist unglaublich. Ähm. Okay. Vielleicht habe ich dann so genug Rüstung, dass ich dann hier trotzdem auf Stärke bleiben darf. Aber beides gar nichts bringt, oder? Ja. 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 Tierfreund. Ich probiere es jetzt mal so. Mehr als verrecken kann ich eh nicht. Ach, und der Part ist schon wieder vorbei, ne? Einen Versuch mache ich noch, weil ich werde eh nur sterben. Es ist eh wurscht. So. Es ist echt mühselig, ein bisschen. So. Also. Und das. Und das. Und die Waffe ziehen. Dann. Zack. Mach ich jetzt überhaupt kein Damage, weil mir jetzt... Weil jetzt nichts trifft, oder was? Was macht unser Freund? Nichts. Weil jetzt... Ich habe ihn nie getroffen. Das muss er auch hinkriegen. Und unsere Drohnenfreunde lässt uns auch komplett im Stich, ne? Komplett. Also nicht ein bisschen, sondern vorgast. Ach, ich merke schon, was ich empfehle, ich gemacht habe. Merkt sie es auch? Ich habe die Suppe vergessen, rauszutun, ne? Ich muss mir kurz am Ohr kratzen. Die Hochleistungssuppe ist nicht da, wo sie sein soll. Ich hasse meinen Dimm. Also wirklich, ich hasse es. Das ist unglaublich. Das ist mühselig. Echt. Das ist richtig, richtig mühselig. Immer dieses Ungekremple des Inventars. Schrecklich. Schrecklich. Steak-Teller wollte ich haben. Da hast du da hin. Aber der ist ja da gewesen. Ich bin verwirrt. War das dann die Brotsuppe, die gefehlt hat? Die kühlende? Wahrscheinlich. Natürlich hat die gefehlt. So. Aber jetzt. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast abgenippelt, der Krippel. Echt. Das kann nicht wahr sein. Also ich in keinem Bad was vernünftiges hinkriege. Echt. Unglaublich. So. Runter damit die Brotsuppe. Da. Raus da. Und was unser Sportsfreund macht, ist mir auch ein komplettes Rätsel, ne? Wieso geht er jetzt auf den? Nicht auf den Albtrossel? Die Energie ist halt auch lächerlich, ne? Hat er den jetzt umgehauen, unser Freund? Tatsächlich. Jetzt geht's auf einmal. Ja. Jetzt geht's auf einmal, ne? Als wenn nie was schwierig gewesen wäre. Faceball. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Ja. Passt. Haben wir geschafft. Was war da jetzt schwer? Nix. So. Ich mach noch schnell eine Runde hier. Sammle das Zeug ein. Muss etwas verschnaufen. Bevor ich einen Anfall kriege. Das ist ja unglaublich, oder? Jetzt tut das... Ja, das ist kein Problem. Zocki. Geht ja alles gut. Schau. Musst du es so machen. Alles fein. Alles gut. Super. Schön. Ja. Aber der scheint noch zu funktionieren. Und den werden wir im nächsten Part ausschalten. Also dann, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Oder soll man mitmachen? Ach, scheiß der Hund drauf. So. Ausgeschaltenen Dreck. Passt. So. Haben wir den wenigstens weg. Wie gut ist. Jetzt müssen wir da noch so hoch. Da drüben schauen, ob es was zum Looten gibt. Falls sie das nicht schon gemacht haben. Aber ich glaub nicht. Sonst wäre ich ja... Sonst wäre der Krippel nicht da gewesen. Ah, der ist eine Kuppel. Bist ihr dann weg? Ich hoffe mal. Ich seh schon, wo Stürme ist schon überlänge. Ich kontrollier das jetzt mal. So. Jetzt warten da um 20 Gegner, die mich mit einem One-Shot umhauen. Na, so schlimm ist es dann doch nicht. Haben wir ein Glück gehabt. Ich mach gleich fertig. Ich mach gleich fertig und gut ist. So. Rauf da. Regen tut schon wieder. Ja. Geht schon. Da. Passt. So. Das nehmen wir mit. So. Ah, das ist quasi ein Schutzschild, wenn ein Konverter noch eingeschalten ist. Gut zu wissen. So. So. Elex. Elexit-Trunk. Elex. 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 Plus Marra-Cajun. Kleiner Elex-Trunk. Noch mehr Elex. Noch mehr Elex. Noch mehr Elex. Ganz viel Elex. Kleiner Elex-Trunk. Noch mehr Elex. Und noch mehr Elex. Fertig? Fertig. Da nochmal schnell die Runde. Da gibt's noch eine Öllampe für uns. So. Das schaut immer aber nicht so aus. Dann gehen wir noch schnell Bericht erstatten. Dann haben wir den wenigstens komplett erledigt. Das ist mir jetzt wurscht. Überlänge haben wir eh schon. Was ist denn das? Das tut ein viel gerät. Das ist ein Bauwerk, oder? Alter, das hat sich jetzt ausgeschaut wie so ein übergigantischer Kampfroboter. So was hätte man noch gebraucht. Wirklich nicht. So. Also wegbaden. Zum südlichen Wortes. Da oben droben. Da irgendwo hier bei dem. Ja genau. Da schnell Bericht erstatten. Dann kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Und dann gehen wir mal im nächsten Part Fähigkeiten lernen. Wenn möglich. Also hier lang. Unglaublich ist das. Unglaublich. Und dann werden wir halt schauen, dass wir irgendwo Quests herkriegen. Optimalerweise. Weil ich fürchte, bevor wir nicht Erz-Berserker sind, werden wir nicht viel ausrichten können. Hallo. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Hey, ich hab einen Konverter ausgeschalten. Wenn du willst, dass ich ätten. Ach komm, Hupfen-Gatsch. Echt, Hupfen-Gatsch. Na gut, ihr Lieben. Dann verabschiede ich mir wieder von euch, ne? Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sehr still. Bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hier auf dem Weiters-Desaster, den ihr seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.